11 12 limited box number three team draw hier sind die teilnehmer niklas janos cc freud niklas max jim beam martin rompitz und old card fleckter daneben sagt die team die teams die jazubu loskommt niklas bekommt 1 bis 3 und so weiter wir mischen durch acht mal acht mal in team random acht mal hier wir gehen auf die glück eins zwei drei vier fünf sechs sieben und dann letztes mal für acht die spurs und top und die wizards at the bottom das heißt niklas bekommt die spurs sons und rocket janos die jazz nicks und hawks cc bekommt die bobcats kings und clippers void die thunder warriors und magic niklas die celtics bucks und bolts max bekommt die pelicans lakers und pistons jim beam bekommt die sixers nets und grizzlies martin bekommt die mavericks pacers und timberwolves mompitz bekommt die blazers nuggets und heat und all card trackers die raptors die caps und die wizards das sind die teams für glück an alle unter dem break here we go one box good luck everybody Here we go, we got the Dwayne Wade base on top, and the Magic Johnson base for the Lakers. Then we got a Dwayne Wade, number 299, 17 of 299, Dwayne Wade. Then we got a gold, Jeremy Lin, for the Knicks, 20 of 25. For the New York Knicks, who has the Knicks? Janos has the Knicks, nice. Next up is a sick patch, auto, of Josh Smith, okay, not so sick, but still good. Josh Smith, for the Atlanta Hawks, and Janos. Josh Smith, number 299, 14 of 25, for Janos. Next up is another patch, for the Brooklyn Nets, Darren Williams. Brooklyn Nets is Jim Beam, has the Nets, that's a nice patch. Then we got the Redemption, we'll do this one last. Patch is number 225, too, for Jim Beam. Two patches in one box, and a gold spotlight for the Knicks. And Redemption, here we go, good luck everybody. Let's see what we got. We got, oh, oops. XRCR, and XRCR is a good one, glaube ich. Ne, doch nicht. Jan Weasley, for the Washington Wizards, an old card collector. Washington Wizards, Jan Weasley. Weasley, Weasley, The Wizards, an old card collector. That's it for the break, thanks for joining us next time, please. Vielen Dank.